F ist zu Hardcore, oh Gott, oh Gott, da kommt die Panze, das sah aus, das hättest du sehen sollen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Mechamagal und willkommen zu meinem Gameplay auf diesem Kanal. Und jetzt kommen wir eine gute Runde, Battlefield 1 Eroberung mit den Hightower, viel Spaß. Ich bin ein Panzer, ey der rabbt mich weg, was ist er für eine Fotze man, ey man ist sogar ein Müttenpanzer. Ja klar, dann komm her, wo bist du? Oh, ich hab nur einen Scheiß-Ung, Alter, kannst du nur... Alter, jetzt hab ich nur eine Kanone. Alter, ich hier. Hey. Na zu A, Moment. Steckst du fest? Nee. Steck ich nicht. Du fährst ja nicht weiter. Weiß ich nicht. Weil du rausgestiegen wirst, du Sau. Weil ich feststeckte. Du Scheißdreck. Voll im Kram. Bin rechts runtergerutscht, war voll mies, ey. Dann verrät ich mies, ey. Boah. Flieger vom Himmel geholt, ey. Boah. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Panzer reingeschossen, Alter. Boah, der Panzer... Bei D war da auch Action. Panzer. Vielleicht kriegen wir uns nicht durchgeschwampt, hier. Bei D war da auch Action. Panzer. Bei D war da auch Action. Panzer. Wie ist ambos? Das war's nicht bei dir. Wir sind vollen Sprecher, wir sind korrig, und verlangen. Wenn es auf dem Weg gibt, wird es fit. Das war's nicht. Der war's nicht. Aber er war's nicht bei dir. Das ist ja, was ist er. Hä? Immer noch hier Die Panzer hab ich gekippt gemacht Ich hab ihm mal deinen Kill gekippt Aua, ja ich hab's gesehen Wichser Ey, bist du Sanitäter zufällig? Nein, Stunde oder Oh, scheiße Panzer Scheiße, das ist ja nicht unser Panzer hier Wir haben gerade gekippt, Alter Wieso konnte ich keine Minen schmeißen? Was soll du da? Was ist das denn für ein scheiß Bug? Schossen Ich bin grad bei B B ist ein bisschen Action Aua, ich hab einen erwischt, ey Aua, ich hab einen erwischt, ey Einen scheiß Schneeball Aua, ich hab einen erwischt, ey Den kriege ich Dass wir den Bajon mehr tanken Alle ins Haus, Jungs Alles easy? fortunately welcher Wer war denn hier? Hat das denn gehen? Das ist ein Hubschrauber. ich bin ganz schön geflogen und du hast ihn geflogen ja ich habe eine granate na scheiße ja weil ich unter der schuss war stehst du das gott sie kommen hier hoch da kommen wir ganz ja ich bin ich tot was denkst du von mir ich bin hier nur voll in action ja oh gott scheiße da kommt einer aus dem gang thomas was ist hier drinnen los langsam geht es hier thomas ich spürs die erfolgsspur entschuldigung faddy ich wollte nur den reitertöten ja 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 oh gott da scheiße ich habe die gasmaske zu spät gezogen war schon wieder mal schon wieder geil thomas okay ich will hierbleiben wir kriegen gleich aus richtung c kommt gleich mit gar keinen haufen bis richtung 10 von c ja alles klar okay ja ich sehe schon da kommt schon der essel scharfschütze und sanität er getroffen was hat er denn hier vorne ist er denn geflogen die kugel in den rücken die waren wohl ein bisschen zu toll hat seine fresse so tief in den rasen geschoben bei manche haben so eine komische bilder alter ich wollte zum retten ich habe es gesehen mit dynamit was hat gerade alles unlüftig bombardiert was hat das denn warum ist ein sniper ja was will er bisschen angepickt mit messer da ist ja gar nichts mehr übrig da ist überhaupt nichts mehr ich habe dich auch schon lange nicht mehr gesehen die sprüche sind auch mal dumm ne lange nicht gesehen Vorsicht thomas hinter dir vor mir du hast du ihn gekillt hast du ihn gekillt ja ich habe ihn nicht gesehen bloß ich konnte ihn nicht töten Sanität wo bist du wo bist du wo sind die schweine ich werde zu e jungen die versuche ich werde zu e jungen das ist mir zu hart vorgill Das ist zu C irgendwie. F ist zu hart, oh Gott, oh Gott, da kommt Pante ein. Das sah aus, dass er zu sehen soll. Wieso? Ne, das ist unbeschreiblich. Das musst du dir unbedingt angucken. Ne, einer vor mir schießt der Panzer und er fliegt übelst. In der Nähe deiner Position ist dein Fahrzeug-Abwehrkind verfliedbar. Oh, okay, da hat er gelegen, da hat er gelegen. So ran hat's gelegen. Dass er gelegen hat. Das war eben richtig geil. Die sind alle in einem kleinen weißen Haus, da brauchst du eine Granate reinschmeißen und dann hast du vier kills. Die kommen hier, die überrennen uns hier von E. in der Nähe deiner zeige Die kommen immer mehr Külze und Messer zu gucken. Vorsicht, Junge! Attacke! Was wollen wir? Mensch! Boah, ist klar, Alter, er kämpft eine Ecke, Mann! Ja, so kommt mir das auch vor gerade, ey! Großer Scheiß-Lockschiff! Oh, ey! Ich fliege... Ja, da war ich drinnen! Und ich bin noch mal gestorben, ist klar! Ey, ich bin nicht das Scheiß-Flugzeug! So! Oh, jetzt kommt Christos! Ich will aber Neville bei Nacht! Hä? Ich will aber Neville bei Nacht! Aber ich hab... Fast 10.000 Punkte! Aber Gesamtpunkte habe ich... Ich hab 14.000 nochmals! Ey, ich bin auf Platz 8! Oha! 22 kills und 21 Mal gestorben! Ich hab gesagt, ich bin übelst oft gestorben, ey! Ich war immer von dieses Gehintengeficke! Naja... Ich sag dir, ich hab 30 Tore, ey, Mann! Wo bist du? Naja, bist du über 10! 30 Mal, das war nicht so toll, aber... Aber was soll ich sagen? Immerhin habe ich eigentlich mehr als ich gestorben bin! Er fand mir... Genauso wie er... Ich wurde respawned, gleich bumm-tot! Da respawned, wo so viele waren, ey! Voll scheiße! Aber... War trotzdem gut! ZEGERS ZEGERS Untertitelung des ZDF, 2020